Was hat es mit der medialen Ideologisierung von Randgruppen bei uns in der Gesellschaft auf sich? Seit vielen Wochen und Monaten erkennen wir in den Medien einen ganz klaren Trend zum Thema Regenbogenbewegung und ganz, ganz viele Menschen sehen sich hier bemüßigt, in diese Richtung aktiv zu werden und aufzuklären. Wenn wir die nackten Zahlen und Daten und Fakten anschauen, nachher sind bei der Sozialversicherung in Österreich in etwa 600 Männern und 300 Frauen zu dieser Thematik auch wirklich in Behandlung gewesen und sind dezidiert klar, sie sind im falschen Körper. Das ist alles sehr legitim und das wird auch natürlich unterstützt, weil es geht am Ende des Tages um das Wohlbefinden des Menschen. Aber sehr befremdlich ist es, warum noch genau bei diesen Zahlen wir hier in Österreich eine derartige Ideologisierung dieser Kampagne betreiben und warum diese Thematik in alle gesellschaftlichen Sparten unseres Alltags Einzug findet. Beispielsweise im Handel, wo Produkte speziell beworben werden und auch in unseren Schulen und bei unseren Kindern. Zum Thema Normophobie. Warum ist das Normale nicht mehr anerkannt? Am Ende des Tages geht es immer um Ansehen und Anerkennung und jeder Mensch braucht die notwendige Aufmerksamkeit. Und dahingehend ist natürlich auch zu beobachten, dass durch das Vorleben dieser Möglichkeiten, also man kann sich von einem auf den anderen Tag entscheiden, welches Geschlecht man ist, ob man ein Geschlecht ist, wie auch immer, bekommt man natürlich die möglicherweise entgangene Aufmerksamkeit, nicht nur von der Gesellschaft, auch von der Familie, von Freunden und möglicherweise auch im Schulalltag. Das sind halt Dinge, die passieren, wenn wir diesen Hype um eine Randgruppe machen, der am Ende des Tages aus unserer Sicht nicht notwendig wäre und eigentlich der Randgruppe selber mehr schadet als hilft. Am Ende des Tages gibt es natürlich Menschen, die zu dieser Randgruppe gehören. Und Randgruppe sehe ich da als absolut positiven Wortlaut, weil am Ende des Tages gibt es, wie in jeder Statistik, die gaussische Verteilungskurve. Und am Anfang und am Ende sind halt jene Anteile verhaftet, die es nicht so oft gibt. Und nichtsdestotrotz sind sie in der Normalverteilung drinnen. Ja, soviel dazu. Was ist für uns als Gesellschaft da zu erkennen? Wie einfach lässt sich ein Thema, das ja Zahlen, Daten, Fakten technisch eher uninteressant ist, in aller Munde bringen? Und wie schnell lassen sich da auch ideologische Dinge verteilen, die am Ende des Tages gar nicht notwendig wären? Weil am Ende des Tages haben wir ganz, ganz viele andere Themen in unserer Gesellschaft, wie beispielsweise die tatsächliche Bildung unserer Kinder und den Anteil unserer Kinder, die am Ende ihrer Schullaufbahn nicht sinnerfassend lesen und schreiben können. Also verfolgen wir diese Ideologie in einem ausgewogenen Maß. Jeder Mensch hat den Respekt verdient, der ihm zusteht. Aber am Ende des Tages halten wir von der MFG nichts davon, diese derartigen Dinge aufzublasen und vorendingen. medial und für den Konsumenten aufbereitet zu verbreiten.